Ich musste mich immer nur durchboxen, voller Neid, Hunger und Angst. Ich möchte irgendwas finden, was Schönes. Du kannst ein besserer Mensch werden. Ich kenne Ihre ganze traurige Geschichte. Wir schleusen da einen verdeckten Ermittler ein. Die wird gut aussehen neben unserem Jungen. Wir ziehen das durch und akzeptieren die Konsequenzen. Liebst du mich? Das weißt du doch. Sie wollten Räuber und Zandarm spielen und haben verloren. Die Konsequenzen Ich möchte gern eine Sache gut machen.